Ja, aber es ging um Dura-Stahl. Nein! Was war das? Ich glaub das war dein Verstand, er hat sich gerade gemeldet und weiß was du bestest. Ich wurde dir grade mit irgendwas weißem bespuckt. Ja. Fix auf dich. Oh, 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 oh. Nieder wieder mal drei Duras-Deal. Oh, ha, ha, alter. Ja, ist echt so. Für. Ja, ich hab's auch grad gesehen. Ich hab schon vor dir gewusst. Ich lieb meine Waffe. Ich mag den Hammer voll. Das Wichtigste bei solchen Waffen ist eigentlich, wie schnell du das einsetzen kannst. Also der cool Dauer quasi. So. Ähm. Ich geh mal wieder nach oben auf den Planeten, wo wirklich Dura-Stahl ist. Äh. Wie ist das jetzt so? Fuck. Dura-Stahl. Aha, komisch, dass du die Melodie aber kennst, ne? Ja, von Dura-Stahl kenn ich die Melodie. Die. Die hab ich selbst komponiert. Ich werde nicht überleben. Ey, Mario stirb mal. Stirb schneller. Ey, du bist ja immer noch im Leben. Was wusstest du hier? Liga, willst du nicht sterben? Hier bekommen. Loll. Aber ich wollte das auch noch, dass ich überlebt habe. Weil was soll das? Ja. Es ist auch dieses Lila-Zeug, ne? Das brauchen wir auch. Äh. Frag mich jetzt nicht für was. Wir brauchen das einfach. Okay. Chris? Ja? Für was brauchen wir das? Ich weiß echt nicht. Ich weiß auch nicht, wer genau für irgendwas Tolles brauchen wir das. Und jetzt hier ist ganz viel Dura-Stil. war das jetzt das material für die bahn ich habe es gerade voll vergessen durastil und nicht face matter oder auch duracell keine batterien vielleicht muss man verarbeiten mit diesen plattformen gucken was das so alles bringt du hast doch weißt du noch hierbei bei den schienen kannst du auch plattformen und switches ihr kannst mal gucken ob es auch diese antriebssachen gibt dass du auch berg auffahren kannst ich weiß nicht ob es das geht ich habe auch keinen plan aber das ich bin fast gestorben kann man auf diesen also in dieser aufnahme leider nicht sehen ja sie wird nicht sehen wie ich sterbe weil ich bin untouchable 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 ich bin eigentlich noch gar nicht gestorben das war alles nur für die klicks als extra war alles gescriptet war alles gescriptet aja doch wir müssen ein neues dorf finden von neun ja also ich nicht mehr obwohl doch nicht muss so für die quest muss ich jetzt um das gehen auf diese freunde heilerts klubus ja was das was heißt und ich nicht mehr in das schluss und sie heißt doch du redest doch von den floranern das habe ich auch schon längst digga ich bin flicken ich muss schon wieder essen das ist mir so vermissen noch ein schlag nein so er wollte es wird auch der merkt euch das wenn ihr ein monster in starbzeit und nix droppt seit fünf gestorben generell seid schon tot aber er unten aber doch so in unserer in der lage hat er wird auf die maschine stehen aber du kannst dich du kannst gerne wenn ich mich unterfordert wird wenn du findest das ist alles noch so schön du kannst gerne schon weiter machen mit dem umbau es gibt ja einiges es gibt die dieses mädchen gibt es nur ein stopp reisenden so nur eine kug im rhein-bamper komposituell plattform und auch was anderes der platz und ich meine die plattform ist wirklich nur das teil wo man sich drauf steht was in der fährt ja komm aber alles mal ausprobieren ne aber ich persönlich finde ich diese hängerdinger viel geiler äh komm clay so ich verbrauche jetzt meinen letzten pinsel äh wo war der denn nochmal ja hey mario du weißt doch bestimmt wo ich den nochmal hatte was denn den pinseln nein da ist mein letzter pinseln muss jetzt wieder pinseln so ok jetzt kommt der schwieriger ok wünsche mir glück ich lese mir das gerade ein bisschen durch und du weißt mein englisch ist nicht gerade das beste da stimmt du bist scheiße in englisch ich würde gerne wissen was der macht ähm der rail sensor detects the rail riders as they pass through das heißt der erkennt das wenn man drüber fährt was passiert dann scheint das weiß ich doch jetzt nicht ja das ist ja nicht beschrieben ha hier hin ok komm schon baby das schaffst du hier hin kiste frei geschafft ja ich hab so ein chor bekommen und das gelett natürlich ich bin jetzt im überleben ich hab ein teleporterchor bekommen auch ist das selten also ist das sehr selten oder ich hab ja keine ahnung ja das ist ja ja wir haben schon ein paar gefunden wir bauen eigentlich gar nicht so viel aber hier sind auch was wer vielleicht tun wir die auch immer verkaufen aber wir können auch ganz viele teleporter damit bauen müssen wir sie verkaufen so was brauchen wir denn dafür nochmal rail stop ich brauche ein silicon board und eine AA battery ich hab ein egg fossil was silicon board silicon belly wie kann ich mir einfach nur eins geben ich will nur eins und nicht alle elf dann nimm die und macht dann rechtsklick ach so muss ich das machen das ist ja ich war es anders ich habe das gerade du bist falsch ja ja ich schwöre ok wenn ich mich an die batterie wir haben irgendwo auch batterien ansonsten musst du neu bauen aber wir haben glaube ich ja welche also in der elektrokiste hatten wir keine da musst du bauen ich weiß aber nicht wo o oh ich muss mal Feuer machen ähhh ich kenne mich echt null aus nein ich bin verloren Batterie macht man beim Amboss glaube ich und so ein stylischen Enel haben wir noch doch aber sie sind ein replicator für das was früher unser envel war ja ich glaube das war das daher muss auch irgendwo eine batterie finden und meine kiste ich weiß nicht ob du dich extra so zu machen ich finde es nicht soll der christian zu dir kommen nein ich schaffe da schon wenn ich es geschafft habe kann ich stolz auf mich sein ich bin jetzt dein senpai habe ich rausgefunden heute so ist hier noch mal richtig viel also ich habe mir richtig viel du hast hier gerade unten das ist gut das ist gut das ist gut ah ich habe es gefunden ich habe es gefunden und es war noch bei unserem Amboss beim Atomic Fernance ja das ist der neue Amboss das sieht einfach überhaupt nicht aus wie ein Amboss ja genau deswegen weil ich habe jetzt was anderes als den Amboss angesehen dieser komische blaue Tisch den wir da unten im Keller stehen haben haben wir GIFT haben wir GIFT GIFT ja ich habe zum Beispiel GIFT ich habe GIFT ich habe GIFT bei mir selber 1000 GIFT ähm ob wir in einer Kiste GIFT haben das weiß ich jetzt nicht das kann ich dir jetzt nicht lagen das kann ich dir jetzt nicht lagen das kann ich dir jetzt nicht lagen ah ich brauche mal wieder EPP Modul jetzt muss ich mal einen Test machen das ist kein GIFT hier ich glaube wir haben auch gar kein GIFT ich habe GIFT aber ob wir das gelagert haben glaube ich nicht du kannst es ja suchen aber ich bin mir nicht sicher das sieht nicht gut aus das müsste dann gleich beim Materialien sein oder so das sieht gar nicht gut aus hattest du nicht mal einen GIFT Planeten ja wo ist denn der weil ich dann nicht wo der GIFT Planeten ist vielleicht ist dein Schiff vor dem GIFT Planeten was weiß ich meiner nicht aber vielleicht dein Schiff ich weiß es nicht ich muss es testen dann kann ich es ja mit diesem Meta Manipulator abbauen wenn du das Modul also wenn du das Upgrade hast schon ja hab ja auch Wasser gerade aufgenommen nein shit 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 und chat Ritter des Rechts mir geht es schlecht egal was sie auch tun Christian hat nichts besseres zu tun das Böse hat nicht Zeit sich auszuruhen ja schon ich weiß wie das geht aber ich will das grad irgendwie auf meine Situation äh ja ich hab gerade Lava getrunken fand ich es ist nicht zu empfehlen naja schon wieder Lava viel zu viele Gegenstände auf einem Fleck schade dass man das Radio nicht anschalten kann ja das wäre echt geil wenn es so Radiosender gäbe boah als ob man darf na man ähm was wollte ich denn jetzt nochmal holen dafür GIF brauche ich und was brauche ich noch so ein bisschen Lava absaugen die Batterie und einen Silberbaren Silber 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 ok das heißt jetzt auf warte ich guck jetzt mal da ob ich mit dem manipuliert jetzt wirklich abbauen kann wenn ich wüsste welches das ist wenn ich wüsste welches das ist wuhuhu fast gestorben ja das Ding hab ich ähm dann dann heißt es jetzt wieder am Planeten raus juhuuu hab ich eigentlich genug Treibstoff kann man das nochmal sehen da ja bin hier grad kurz davor mich immer umzubringen ey oh da bringt er sich um will er mich flicken so 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 ich hab eigentlich auch äh wie viel hab ich 111 Duras oh das ist nicht schlecht wie sehen denn diese Planeten aus in so einem System giftig gift sind die dann werden die grünen hier angezeigt da steht dass die GIFT haben ja viel gift gift war poison ne ja ok weiße doch ah du nutte ich bin echt kurz davor zu sterben hier ich will doch nur Gift ab äh ich will doch nur äh Dings abbrauen hochtemperierte ja klar warum auch nicht hier ist ein hochtemperatierter ne sonne also als heißer stern wird es mir angezeigt wenn ich darauf gehe kann ich auf ne schneeplaneten ja ne aber da müssen wir zu diesen hochtemperierten sterben müssen wir auch noch hin aber da brauchen wir halt diese upgrades ansonsten wird das echt nur kurz vergnügen Hammers extra ein update für die hitze ja hab ich doch gerade eben etwas erzählt wir brauchen erstmal so ein kühl update und dann brauchen wir auf diesem planeten und uns dann auch so ein hitze upgrade holen Ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen Toxic und Poison? Äh, ja. Nein, das ist so ein Planet. Nein! Was denn? Mir fehlt nur ganz wenig Treibstoff dafür. Man muss auf so einen Planeten, ne? Ja. Treibstoffplaneten. Schon klar. Hast du ihn? Ich meine, viel Spaß mit diesen Arschgesichten. Ich weiß auch nicht, was du hast genommen. Wenn du einmal in der Falle bist, ne? Dann ist es scheiße. Dann ja. Das funktioniert. Juhu! Triebwerke werden gecheckt. Erfolgreich. Ich mag mein Grafting. Juhu! Irgendwann, wenn du so weit bist, kriegst du auch. Also, das ist so. Dann arbeiten wir. Wer geht? Ja. 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 Dann. Ja. Eins. Ich will. Dann ist ja, viel Spaß. Kannst du? Ja. Däуется. Du bist. Du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020